Hallo, hallo, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier beim Jürgen, beim Goldrush. Hier beim... Bagger, Bagger, Bagger. Das, was ich am liebsten mache und am liebsten kann. Ja, ich würde gerne nochmal... Ah ne, lassen wir das Thema. Das bringt ja nichts. Man verändert die Leute nicht. Man kann die Leute einfach nicht verändern. Die sind so... Ja. Die sind so glücklich. Lass sie glücklich werden. Ich bin auch glücklich. Wenn ich denn im Süden im Urlaub liege, dann bin ich auch glücklich. Dann interessieren mich die ganzen Leute nicht. Aber das wird überall... Ja. Ich sag mal so, in 50 Jahren wird sich das alles rächen. Dann bricht die ganze Scheiße über sich zusammen. Aber dann bin ich nicht mehr da. Gott sei Dank. Dann sitze ich oben auf meiner Wolke. Und schmeiße Wattebäuschchen runter. Haha. Ich zeige einen Stinkefinger. Ja gut, unseren Quatsch glaube ich nicht. Mit Wolken und so. Na, wenn keine Wolken sind. Man machen ja die ganzen Engel und fallen die alle runter. Also... Sag ich mal einfach... Das ist ganz schön an den Haaren herbeigezogen. So, jetzt kann man das Ding ja laufen lassen, ne? Boah, der kommt aber schlecht weg hier. So voll. Ich bin schon die ganze Zeit am überlegen, was ich im Erfheben heute mache. Ich hätte ja Lust in die Klettermine zu gehen. Aber ich bräuchte unten ein Auto, was... Groß genug ist. Mit dem... Dings. Ja gut, den könnte man neben zum Rauf und Runter fahren. Na mal. Parken hier. Den ganzen Gedöns wieder einschalten. Oh ja. Boah, jetzt werde ich fast vor die Ecke wieder gerannt. Ich fühle mich ein bisschen Gehirn eingeschlagen, was ich noch habe. Den Rest. Danke für die 16 Unzen, die ich trotzdem noch weniger habe. Mann! Könnt ihr so kotzen? Er ist doch so. Ich gehe mal runter. Mal den einen Eimer muss ich nämlich dann umtauschen. Hier, damit der wieder passt. Auch das ist ja 86%. Haben die ja 87%. Ja, grünen wir auf jeden Fall hin. Alle gleich, ne? Die haben 90%. Der hat auch 90%. Mache ich ganz clever. Schau mal auch. Wenn die Anzeige kommt, einmal vom Planter, wo der gewechselt, eben Stopp machen. Ach, habe ich mich schon wieder erschrocken. Genau, da meine ich. Nämlich der Eimer ist nicht ausgetauscht worden. Zack. 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 Achso, kann ich einschalten, dann kann ich hier unten weitermachen. Ja. Da kommen ja leere Eimer ran. Kann ich die anderen einmal auch taus... 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 Austaus... Oh Gott. Austauschen. Mit der leere Eimer dran sind so... Den hier hinten haben wir... Ne, auch noch nicht. Gucken wir mal mit. Jetzt ist da nur ein Prozent Unterschied. Ja. Dann passt das besser. Na, kommt schon. So, dann können wir hochrennen. Dann kann ich den wahrscheinlich schon auskippen. Ja, sag ich doch. Und dann können wir gleich rüberfahren, weiter baggern. Ne, was ist der jetzt? Ach, ich schläf mir der Fuß ein. Haha, Hilfe. Das geht's halt. Ich schläf mir. Das geht's halt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Kerl schützt einfach alles über das gute Auto. Oh man, 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 man. Schlimm mit dem. Untertitelung. BR 2018 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 Ich muss gucken, dass ich Haken kriege, dann kann ich in der Klettermini gehen. Das bringt mehr, vor allem schneller. Habe ich frohe Runde, habe ich einen Rucksack voll. Das macht natürlich richtig was aus. Ach ja, ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Mal gucken, was nächstes Jahr wird. Ich muss erst mal gucken, dass mein Fuß wieder in Ordnung kommt, weil mit dem, jetzt wo der Fuß so weh tut, will ich mich nicht in der Garage stellen, gerade bei der Kälte. Ist das nicht gerade günstiger. So, eine Schaufel noch. Mehr geht nicht. Ich will mal von hier ausnehmen. So, weg damit. Wunderbar. Wir müssen ja auch drunter durchfahren können. Das heißt, den stellen wir jetzt hin. Machen den Kram aus. Ich brauche ja bloß ein Dings rausziehen. Wasserschlauch. So, einmal kippen. Bis dahin läuft der ja noch nicht rüber. So. Und hopp. Könnte ich jetzt eigentlich schon loshören, ne? Warum soll ich denn jetzt warten? In der Zeit, wo das leer läuft, kann ich den fast wieder voll machen. Wo soll ich denn schon wieder bis 50% voll? Also, ein bisschen. So. 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 Amen. 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 Da hat der Sound gehangen. Das war eindeutig der Sound, der gehangen hat. Beim Nachladen vom Sound hat er einen Hänger gehabt. Aber ich werde auch mal was nachladen, wenn ich den Speicher stand. Ich hasse Gewitter in dem Spiel. Super schlimm. Ja, das könnte unser letzter Cleanout sein, ne? Den wir dann haben. Also jetzt in kurzer Zeit. Muss wir gleich wirklich mal gucken. Sind wir bei Folge 300? Ich weiß es gar nicht. Ist weder die letzte oder diese Folge, muss ich 300er sagen. Ich weiß, ich war kurz davor. Ich glaube, die letzte war das. Denk das wieder an. Sonst kommt es mit dem Sprit nicht aus. Es könnte knapp werden, ja. Es könnte sehr knapp werden. Es könnte nicht nur, es wird sehr knapp werden. Es könnte nicht nur, es wird sehr knapp werden. Weiter nach vorne der Wagen. Es bringt nichts, wenn ich den immer so weit schwenken muss. Ach komm, wir fallen den Bagger ein Stück zurück. So ist besser. Jetzt muss ich erstmal ausschalten, bevor ich auskippe. Komm, 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 komm. Nicht vor die Pumpe fahren. Oh Gott. Ja, der hat auch nicht mehr allzu viel, ne. Der muss auch bald mal getankt werden. Und wir sind schon wieder bei 20, über 20 Minuten. Ach, falscher Knopf. Ah. Eiert hier lang. Ach Gott, Kerl. Das mit dem Fahren... Mit dem Lernen fahren wir schon. Nein, mit dem Fahren lernen wir schon. Das mit dem Fahren lernen wir schon. Das mit dem Fahren lernen wir schon. Um, wir spielen. Und wir brauchen dafür, wenn wir uns um, Die Pumpe laufen. Und wir brauchen nochmal. Und wieder da, die Pumpe fahren wir schon. Die Pumpe fahren wir von zwei Minuten. Und unsere Pumpe fahren wir von wästern. Und wenn wir beim forgiveness nicht mehr so drauf sind, Um, wir brauchen das kann man die Pumpe fahren mit einem. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. One extra now. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann lassen wir das gleich nochmal leerlaufen oder waschen das einmal durch und dann ist die Folge Ende. Ich stehe sehr ungünstig. So, auf los geht's los. Ja, geh'n Schritt zurück, Mann. Ich muss bloß den Schlauch da draufstecken, mehr nicht. So, auf geht's. So, auf geht's. So, auf geht's, zack. So, auf geht's. So, da haben wir mal gucken. So, da haben wir schon Platz. Ja, fast. Ja, fast. So, da haben wir mal. So, da haben wir mal. So, da haben wir mal. So, da haben wir noch ein Stücker. So, da haben wir noch. So, da haben wir noch. So, viel kann's ja nicht mehr sein. So, da haben wir noch hoffen. So, da haben wir noch hinzu. Yeah, dann mache ich noch ein Stück. So, da haben wir noch, dort war's. So, da sind wir noch ein Stücker, da ist halt. Aber noch nicht mal. Gerade mal 90, wenn ich Glück habe. Oder? Doch. 91? Wäre jetzt ein Witz, wenn er genau 92 wäre. So, Ende. Also ich kenne meine Anlage doch gut, oder? Genau 92%, wie ich vorausgesagt habe. Das war einfach nur Glück jetzt. Das war kein Können, das war einfach nur Zufall und Glück. Da will ich mich gar nicht rausreden, wenn das scheiß Wetter nicht wäre, wäre es sogar noch schöner. Ja, das heißt, einen brauchen wir noch, mindestens. Fangen wir dann mit in der nächsten Runde an. Und bis dahin sage ich, danke fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart. Und ja, macht's gut, bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.